Das ist ein Haselahnlocker, auch im Frühjahr die Balz verboten innerhalb Europas, aber in verschiedenen Ländern in Russland und so weiter kann man das noch verwenden. Hier ist ganz wichtig, hören Sie auf die Schleife, die ich zu Anfang mache, so eine Art Fragezeichen. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle lockeren Instrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche. 60 Jahre lang ist eine eigene Unterricht. some der Karte. 70 Jahre lang ist eineublique, die Schleife im Langsitz thinking. 50 Jahre lang ist eine Maltkarte. 50 Jahre lang ist eine Maltkarte. Die Entdeckte Instrumente mit dem Ausgange dem Unterricht. Vielen Dank.